Unser blaues Team mit Ace of Spades. Okay, dann wollen wir uns das Ganze mal an. Auf der linken Seite unser blaues Team von All Over. Die sind nämlich, glaube ich, komplett über Europa verteilt. Es ist Fnatic. Mit Ace of Spades spielt den Brightwing, Kessel spielt Uther, Shinobu ist hier mit Sgt. Hammer unterwegs, Lowell spielt Thrall und Freds spielt Arthas. Ihre Gegner, auf der rechten Seite, als rotes Team unterwegs, die sind SK Gaming. Wir haben Sameni, der spielt Muradin und in der Mitte, da geht schon ein bisschen die Action ab. Wir haben Bakery, der Valar spielt. Linked ist hier auf Rhaegar unterwegs und BZ spielt Tesla, wieder mit dem schönen neuen Skin für den Sky Temple. Und Aragi, der ist hier auf Tykes unterwegs. Und der macht ja auch schon ordentlich Action. Der Root verfehlt ein bisschen in der Mitte. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier auch direkt die Lane-Compositions sehen. Shinobu geht mit Ace of Spades runter. Mitte sollte sich dann auch noch ein bisschen verteilen. Ja, genau so ist es. Uther kommt mit runter, also den Triple Stack. Die Party-Lane haben wir hier unten. Und dann natürlich auch die Antwort sofort von SK Gaming. Schicken auch drei ihre Helden hier runter. Mit Link, Bakery und BZ. Ja, also BZ hilft hier auf jeden Fall, die Lane ganz gut zu klären. Shinobu gerade an einer interessanten Position. Da muss er echt aufpassen. Aber sie haben hier nicht so viel massig CC, um Shinobu da wirklich wegzudrücken oder in arge Bedrängnis zu bringen. Das Totem erstmal klären. Aber immer mal wieder hier in den Sturm reingefahren. Soweit hält sich SK hier aber ganz wacker. Schauen wir uns mal die anderen Lanes an. Wobei, erstmal nochmal gucken, ob hier der Shrine auch sofort genommen wird. Ja, BZ geht da ganz aggressiv vor. Shinobu jetzt hier nochmal direkt im Sturm drin. Nimmt einiges an Schaden mit. Und es sieht so aus, als wenn SK hier doch Fnatic zurückdrücken kann und den unteren Schrein sich sichert. Oh, beide Schreine gerade gesichert. Und Araagi kann er vielleicht sogar channeln. Ne, ich glaube nicht. Ace of Spades hat hier noch viel, viel Mana übrig. Wird seinen Coole dann auch einsetzen können, um hier Araagi zurückzudrücken. Genau so ist es. Aber die Bot-Lane jetzt in guter Kontrolle für SK Gaming. Ganz oben, schauen wir uns das mal an. Da holt sich Thrall gerade. Die Kontrolle über den oberen Schrein zurück. Und Samoni muss hier an Manawell zurück. Ihr habt es vorhin gesehen. Also man verbraucht wirklich sehr, sehr viel Mana auf Muradin. Und Arthus kommt jetzt hier rein. So, leichte, äh, leichte Rotation hier in die Lanes. Arthus einfach oben gegen Muradin. Denke ich die bessere Antwort. Wobei Thrall sich eigentlich auch ganz gut, ähm, ja, ganz gut macht da. Walaul können jetzt hier vielleicht gegen Araagi einen schönen Sun setzen, aber der verfehlt hier leider. Und Araagi kriegt hier eine volle Runde mit seiner Gatling Gun los. Aber die untere Kontrolle ist immer noch hier in, äh, festen Händen für SK. Und Shinobu, äh, einiges an Schaden, konnte sich aber hier in eine gute, eine gute Siege-Position bringen. Oh, der ist ein guter Sun auf Speezy, aber der kommt natürlich davon. Da hilft auch der Polymorph nichts auf ihm. Aber vielleicht schafft es Shinobu da unten jetzt was auszurichten. Nee, da kriegt hier nochmal einiges an Feuer ab. Also, Link gibt da wirklich perfekte Sicht, dass Bakery sich auch ein bisschen weiter vorwagen kann. Äh, eine Mine, ne, alle Minen wurden inzwischen schon ausgelöst. Also, SK hält hier einfach wacker die Stellung. Der obere Tempel, der wird aber auch gut von Arthus gehalten. Muradin versucht es jetzt hier mal gegen ihn. Und, Fretz, wartet er? Ja, er wartet. Kommt der Root? Kommt der Root? Nein, noch nicht. Noch nichts. Es ist hier vorerst, äh, nur Frostmon Hungers ein. Beziehungsweise, äh, Quatsch, das war der Frozen Tempest. Und mit Renain. Uh, vielleicht kann Aragi jetzt... Nee, er kann nichts. Und Lawl ist auch zu niedrig, um sich hier zu weit raus zu wagen. Unten das Ganze sehr, sehr gut gehalten, weiterhin von SK. Und wir schauen uns jetzt mal die Talente an. Ein bisschen zu spät, ich weiß. Äh, da kommt Bright natürlich auf Brightwing. An Protective Shield, also, sie gehen das Double Support wirklich die ganze Zeit lang ausgenutzt. Ähm, Doppel Support und dann noch Protective Shield. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch noch, ähm, First Aids mit reinkommen. Ansonsten, doppeltes in Venom, sowohl auf Thrall als auch auf Arthus. Ja, und da ist auch First Aid natürlich für Sgt. Hammer. Macht hier, macht sie halt deutlich, ähm, deutlich überlebenswerter. Ähm, was du sagen kannst. Uh, schön, dass da noch Bakery. Aber ich denke mal, der kommt hier davon. Da fehlt einfach der Follow-up. Beasy kommt nochmal von oben rein, haut einen Oracle raus. So, und auf der anderen Seite haben wir First Aid für Tychus. Ändl Momentum natürlich für Vela mit drin. Oh, oh, oh. Hier geht's gerade richtig hart zur Sache. Ace of Spades muss aufpassen. Hatte schon einiges an Schaden einstecken müssen. Aber sie konnten kurzzeitig hier mal die Kontrolle über, über den Tempel erreichen. Aber das reicht nicht aus. Ace of Spades muss hier wieder zurück. Und Beasy. Jetzt hier nochmal mit einem doppelten Stun. Ist sehr, sehr niedrig, was Mana angeht. Aber Shinobu war in einer schlechten Position. Konnte hier nicht wirklich ein Follow-up setzen. Sollte vielleicht mal versuchen, noch ein paar Mal mehr Mines hier in die, ähm, in die Büsche auch zu setzen. Um das Ganze gefährlicher zu machen für SK, dass sie da auch überhaupt reinkommen können soweit. Aber die können halt sehr, sehr schön zurückdrücken. Bin sehr erstaunt, dass das so gut klappt. Aber, ja, auf Seiten von, ähm, von Fnatic fehlt halt auch einfach der Schadensoutput. Also dieses Double Support limitiert halt dann einfach den Schaden. Insbesondere, ähm, äh, auf der Lane halt erstmal. So, ähm, was gibt's hier noch an Besonderheiten? Oh, Farsight wurde gewählt von Rhaegar. Und wir haben das Earth Shield. Jetzt geht's hier oben noch mal ein bisschen zur Sache. Shield kommt rauf auf Link. Und Beasy hält hier immer noch sehr, sehr stark. Top Shrine inzwischen wieder in der Kontrolle von Fnatic. Also Sameli hat da nicht wirklich eine Chance gegen Arthas. Ähm, er hat halt ein bisschen die Bewegungsvorteil, dadurch, dass er diesen Sprung machen kann. Äh, kann immer mal wieder den Dwarf Toss setzen. Aber, äh, Fretz hat halt einen schönen Root. Und das macht's halt für Sameli sehr, sehr gefährlich, diesen Shrine überhaupt anzugehen. Unten wird wieder gut gedrückt. Und wieder einmal die Kontrolle zurückgeholt. Jetzt sind sie schon zu viert unten. Also Fnatic muss aufpassen, dass sie nicht zu viel XP flöten gehen lassen. Level 10 jetzt hier für, ähm, für Fnatic. Und SK auch fast Level 10. Aber sie wollen jetzt hier auf keinen Fall irgendeinen Fight eingehen. So, da sind die Level 10 Talente auch für sie. Und, ich denke mal, keinerlei Überraschungen. Ja, Reign of Vengeance kommt von Valor. Da unten der Archon. Und eigentlich müsste es Ancestral Healing für Rhaegar sein. Uh, in der Mitte nicht aufgepasst. Da ist Taikus draufgegangen für SK. Linkt auch schon sehr, sehr niedrig. Das ist jetzt hier die Chance für Fnatic, sich doch mal beide Schreine zu holen. Arthas geht wieder zurück nach oben. Unten wurde der Schrein schon gesichert. Da ist jetzt Sergeant Hammer gut dabei, das hier schön offensiv zu schützen. Bakery kann sich da nicht so wirklich nah ranwagen. Und oben. Uh, Arthas kriegt der die Kontrolle? Nee. Und Link kommt noch von der linken Seite. Jetzt muss er echt aufpassen. Aber voller Rückzug ist angetreten worden. Also doch kein Dragon Knight vorerst hier. Jetzt kommt hier nochmal Bright Ring rein. Er ist auf Space. Lau kommt von hinten. Uh, Samoni muss hier weg. Aber Aharagi ist schon in der Position, um hier den Dragon Knight am Channel aufzuhalten. Also ich glaube nicht, dass sie trotz allem hier die Dragon Knight Control kriegen. Mal schauen, wenn sie zu dritt runtergehen, nur Bright Ring oben lassen. Das könnte vielleicht doch was werden. Das letzte wurde hier immer noch nicht gepickt, Rhaegar. Doch, jetzt holt er sich in Sestuhearing. Ah, die Rude hier leicht verpasst. Auch da drüben keinerlei Überraschung. Emerald Wind, Napalm Strike, Sundering, Army of the Dead und den Divine Storm. Also wirklich null Überraschung, was das angeht. Und ja, wir wollten uns nochmal kurz Rhaegars Talente angucken. Healing Totem natürlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Farside, ähm, ja, ist ein bisschen erstaunlich eigentlich, weil sie ja schon das Oracle vom Tesla haben. Und dann Earth Shield macht auch sehr, sehr viel Sinn. Sie brauchen halt alle Heilung und allen, ähm, ja, allen Sustain, den sie irgendwie kriegen können. Aber die Mitte, wie gesagt, weiterhin nicht hier zu holen für Phenetic. Jetzt pushen sie zu dritt rein. Aharagi muss aufpassen, da kommt der Stun. Da kommt Thundering. Oh, den haben sie schön rausgesingelt. Da ist der CC Ancestry Healing leider ein bisschen zu spät gesetzt hier von Link. Da muss er ein bisschen mitdenken, dass da einfach noch die anderen Heroics gesündet werden. Aber ein schöner Pickup hier für Phenetic. Jetzt müssen sie eigentlich auch mal den, äh, den Dragon Knight sich holen. Aber momentan nur Brightwing da oben. Und Samini hält Top Shrine, Bottom Shrine auch in Kontrolle. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wie das Phenetic gerade macht. Die holen sich nämlich hinten dran die Bruiser. Das heißt, jetzt muss reagiert werden. Aber Kessel kommt da ran. Ja, er kommt ran. Kann das Shalding unterbrechen. Kommen sie nochmal ran. Nein, da ist der Dragon Knight. Leider etwas zu spät. Und auch Bakery wird hier davon kommen. Mit dem Dragon Knight wird jetzt natürlich, äh, SK versuchen irgendwie zu pushen. Sieht so aus, als wenn sie in die obere Lane gehen, um da ein bisschen was ausrichten zu können. Und natürlich auch gleichzeitig noch gegen die Bruiser vorzugehen, die sich hier wacker auf den Weg machen. Und da sind auch Samini und Bakery schon dran. Ich meine, Link kann das hier ganz vorne, äh, ganz, ganz schön alleine machen. Vorne einfach ein bisschen Druck aufbauen. Kriegt einen guten Route ab. Ja, aber nur zu dritt glaube ich nicht, dass sie hier Link, äh, wirklich in Arge Bedrängnis bringen können. Insbesondere, da Samini und Bakery halt hinten noch warten. Jetzt kommt hier aber nochmal ein guter Stun. Hätte er vielleicht später setzen müssen, wenn Link da rauskommt. Ja, aber den Push aufgehalten. Haben ein bisschen Schaden genommen. Einen Tower verloren. Äh, am Gate ein bisschen Schaden genommen. Aber das ist alles nicht ganz so schlimm. Was? Das lässt sich noch unter Kontrolle halten. Sie sind halt noch ein bisschen weiter vorne. Shinobu versucht jetzt hier oben durchzupushen, dass der Stun Samini die ein, zwei Schlüsse abkriegen. Aber nicht wirklich, nicht wirklich erwähnenswert ist. Und so holt sich SK jetzt hier noch die Bruiser. Und dann mit oben den Push stoppen. Uh, Thrall hat sie gerade zerledert. Der war hier wohl alleine in der Mitte unterwegs. Jetzt versuchen sie sich noch Fred zu holen. Aber ja, das ist dann doch ein bisschen gefährlich. Ace of Spades kommt noch rein. Da ist der Bribe. Seed Giants sind jetzt auf dem Weg. Ah, SK hat sogar ein kleines Timing, wo sie sich die neutralen Bruiser unten holen können. Aber sie wollen hier lieber pushen. Wollen lieber die Thermo wegkriegen. Und ich meine, sie müssen jetzt auch in der Lane bleiben. Die müssen die Seed Giants irgendwie erledigen. Oben ist Muradin noch in der Top-Lane. Kann das Ganze dagegen Shinobu und Kessel soweit ganz gut halten. Und ja, hier wird einfach hart weitergepusht. Auf Seiten von SK. Gehen die beiden Turmels auch noch hin. Haben inzwischen sogar einen leichten Erfahrungspunkte-Vorsprung. Das erste Mal, dass sie jetzt hier wirklich auch noch vorne preschen. Und die beiden Seed Giants, die schnappen sie sich jetzt auch noch. Nur noch ein Mover, der ihnen fehlt hier. Er sollte jetzt langsam wieder zu seinem Team zurückstoßen. Denn ich denke mal, die werden jetzt hier nochmal einen Push wagen. Oder sich vielleicht jetzt doch die neutralen Bruiser holen. Nur Thrall, der hier unten wartet. Und er sieht nicht allzu viel. Also, ich denke mal, der wartet einfach nur, dass die Seed Giants von unten kommen. Aber wenn er jetzt Link sieht, dass er nach unten abtaucht, dann wird er denken, okay, alles klar. Die holen sich unten das neutrale Camp. Währenddessen SK wollen jetzt hier auf die Seed Giants reagieren. Aber jetzt müssen sie noch auf die Bruiser reagieren. Die hat sich SK gerade geschnappt. Fnatic muss jetzt hier gegen Bruiser und Seed Giants ankommen. Und das ist natürlich die perfekte Chance für SK, da reinzugehen. Gucken wir mal, wie das Engagement kommt. Beide Level 15. SK könnte hier leicht einen Vorteil haben, wenn sie diese Level 16 etwas schneller erreichen. Aber da fehlen gerade die Minion-Kills. Da unten könnten sie kommen. Ah. Der eine könnte vielleicht sogar schon reichen fast. Ja, da ist Level 16. Lass uns mal reinschauen. Ja, Stoneform. Wir haben Blatt vor Blatt. Stoneskin nochmal mit drin. Earth Rath Totem und Second Strike. Aber sie wollen es halt nicht drücken. Sie wollen es nicht drücken. Hatten das Level 16 jetzt fast mehr oder weniger zeitgleich mit Fnatic. Also war schon eine gute Idee, hier einen Schritt zurück zu gehen. Und nicht mit Glück ein bisschen zu strapazieren. Oh, Samony. Er kriegt hier einiges an Schaden. Aber Freds, der ist jetzt auch mittendrin. Da kommt das Thundering. Drückt hier die Hälfte weiter zurück. Aber reicht es denn? Da kommt nämlich der Heroic von Beesie mit rein. Kriegt aber nicht so wirklich einen Schaden, den er will. Britter Rhyse da oben auch nochmal auf ihn gesetzt. Und Samony geht jetzt hier komplett auf Laul. Shinobu, der kann mittlerweile von hinten immer wieder draufhauen. Jetzt kommt Reign of Vengeance auf Shinobu. Haben sie noch ein weiteres Follow-Up? Ne, das ist First Aid. Also Shinobu kriegen sie hier fürs Erste nicht. Da kommt mal Napalmstrike, um Samony zurückzudrücken. Und SK, die sind ganz schön niedrig. Und jetzt, wo die Odin-Form auch noch vorbei ist, denke ich mal, werden sie das Weitersuchen. Und vielleicht den Top-Shrine holen. Ja, genau das macht Muradin auch schon. Holt den Top-Shrine. Unten versuchen sie noch ein bisschen weiterzudrücken. Müssen natürlich aber aufpassen. Wenn da irgendwie ein CC gesetzt wird auf BZ oder auf Link, dann kann das nämlich ganz schnell kippen. Ja, Napalmstrike, da laufen sie direkt durch. Oh, Link kriegt hier einen guten Route-Up. Aber sofort ist Schild gesetzt von BZ. Und sie drücken sofort auch wieder zurück. Shinobu diesmal sehr, sehr weit, sehr, sehr weit vorne. Aber da Bakery so extrem niedrig ist, wollen sie es auch nicht probieren. Und sie beschäftigen halt auch gerade nur. Wollen natürlich versuchen, irgendwie auch wieder die Kontrolle über die Schreine beide zu halten. Und wenn sie die haben, dann können sie sich für den nächsten Dragon Knight schon vorbereiten. Bakery versucht da immer mal wieder ranzukommen. Storms, irgendwie muss Shinobu halt niedriger kommen. Und ich glaube, jetzt wo er so niedrig ist und er komplett alleine steht, könnten sie es doch fast versuchen. Muradin fehlt halt gerade noch. Und um Muradin ist es sehr, sehr schwierig, diese Teamfiles einzugehen. Und jetzt, dass Thrall wieder da ist, denke ich mal, wird hier auch nicht allzu viel passieren. Ja, anstatt, anstatt dessen Fnatic jetzt hier auf dem Vormarsch. Die wittern schon, dass das Fort jetzt ihr ears sein könnte mit den Seed Giants dahinter. Aber da lohnt sich halt auf jeden Fall einen Tesser dabei zu haben. Der kann so schnell die Seed Giants hier ausscheiden, schon aus der Ferne. Da kommen die Stürme. Zweiter Sturm auf Shinobu. Oh, sie wollen ihn haben, sie wollen ihn haben. Da kommt oben vom Sameli noch mit rein. Avatar Form ist gezündet. Auf Freds geht das Ganze. Rain of Vengeance kommt mit rein. Und Sameli, kann er ihn bodyblocken? Das sieht so aus. Aber nein, da kommt ein super Heal. Und Freds ist wieder oben mit dabei. Sameli hat auch nochmal ein gutes Ancestry Healing abgekriegt. Link versucht es da oben allein auf Kessel. Aber das reicht natürlich nicht. Jetzt holen sie sich zumindest Kontrolle hier wieder über den Bottom Shrine. Oben könnte jetzt Aragi auf den Top Shrine gehen. Ja, sieht so aus, als wenn sie es hinkriegen. SK versucht hier zu reagieren. Fnatic versucht zu reagieren. Versucht auf die Midlane zurückzugehen und sich hier die Kontrolle zu holen über die Mitte. Um da immer mal wieder auf den Dragon Knight zu gehen. Um das Channel zu stoppen. Aber, nee, die Hälfte des Teams geht zumindest nach oben. Ja, das hat hier Aragi gerochen. Der hat's gerochen. Muss sofort zurück. Muss zurück zu seinem Team. Und versuchen, mit denen zusammen zu kämpfen. Ja, und die könnten jetzt hier sogar ein schönes Timing erwischen, wo das Ford komplett ungestützt steht. Ja, und da holen sie sich doch einfach mal so ein kostenloses Ford. Der Rest von SK drückt oben durch. Ich meine, die wissen, okay, das Ford ist verloren. Da können wir uns vielleicht noch eins holen. Und genau so sieht's aus. Shinobu kriegt hier die letzten Schüsse. Das Ford geht drauf. Und damit 1 zu 1 im Fortspiel. Oh, nein! Da kommt das 2 zu 1. Schön gemacht. Auch den Turm kriegen sie noch kostenlos mit dazu. Ähm, ja, einige von euch würden jetzt sagen, ach, warum holt sie sich nicht noch die Bruisers? Viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Ihre eigenen Bruisers, die sind ein sicherer Pickup. Den können sie sich holen. Ich weiß nicht genau, wie sie... Ah, der hat vielleicht ein bisschen zu niedriger Mana. Ne, okay. Wählt dann doch einfach den Manoware. Ist auch die bessere Variante momentan, da sie halt so schnell wie möglich die Bruiser sich holen wollen. Oben holt sich gerade schon, ähm, Rhaegar wieder die Kontrolle über den Schrein zurück. Wollte natürlich absolut verhindern, dass Fnatic eine Chance hat, sich den Dragon Knight zu holen. War, glaub ich, bisher auch nur der eine Dragon Knight, äh, für SK. Ah, können wir uns das mal anschauen. Irgendwo müsste es das geben. Ja, ein Dragon Knight für SK. Die versuchen jetzt irgendwie hier Bottom Lane zu halten. Brauchen natürlich alle ihre Helden, um das Ganze durchzuziehen. Ja, da kommt Link mit dazu. Und eigentlich sollte jetzt hier langsam zurückgesprungen werden. Shinobu kriegt schon ein paar Schüsse ab. Aber von der Ferne sollte das reichen, um hier das Fort rausnehmen zu können. Gucken, was SK jetzt versucht. Vielleicht von der Seite hinten ranzukommen. Oh, da springt Samuli direkt rein. Aber muss nochmal zurück. Oh, schönes Sundering von Lao. Wenn wir die Hälfte des Teams trennen. Samuli geht wieder nochmal rauf. Versuchen hier irgendwie wieder Threads zu fokussen. Kessel aber sehr, sehr niedrig. Den kann sie jetzt vielleicht rausnehmen. Ja, da kommt's. Er haut nochmal ein CC raus. Aber Shinobu wird als nächster angegangen. Muradin wurde rausgenommen. Genauso wie Tersa da. Aber jetzt ist es hier auch wieder in 3-3-Situation. Uther hilft da noch ein bisschen aus in der Mitte. Aragi ist noch im Odin. Das heißt, sie versuchen noch alles, was sie können. Wird auf Laul kurz gegangen. Nochmal ein Schuss auf Threads gesetzt. Aber ich glaub nicht, dass sie hier noch irgendwas ausrichten können. Oh, schöner Root. Und der Pushback. Also, Linkt muss sich da in Acht nehmen. Sie haben jetzt aber die Kontrolle über beide Schreine. Und diesmal muss es der Dragon Knight sein. Ich seh da eigentlich keinen Weg, wie Fnatic das stoppen kann. Ja, genauso ist es auch. Aragi kommt rein, holt sich den Dragon Knight. Und damit sollte dieses Top Fort der Geschichte angehören. Ach, das machen die Bruiser schon komplett alleine. Also, der Dragon Knight kann dann weiter vorpreschen. Oh ja, genau. Auch hier reingehen direkt in Fnatic. Aber Shinobu, der heilt sich direkt wieder hoch. Schöner Root gesetzt, um Aragi kurz aufzuhalten. Jetzt kickt er hier Threads raus. Ganz wichtig, immer den Tank rauskicken aus den Teamfights. Und auch generell halt rauszukicken, weil er halt einen doch ganz gut stoppen kann. Tower fällt hier im Nu. Und der Rest des Teams kommt jetzt hier auch langsam mit dazu. Tesla und Muralin beide jetzt wieder auf dem Feld. Denn so schnell wie möglich versuchen, hier dazuzukommen. Aber immer wieder gute Roots auf Aragi gesetzt. Also, Threads macht hier seinen Job sehr, sehr gut. Aragi wird nur die Rotation suchen. Wird versuchen, unten nochmal das Gate wegzukriegen. Aber, naja, 50%. Ich weiß nicht so genau, was er jetzt eigentlich macht. Das wirkt mir doch sehr, sehr komisch. Eigentlich hätte er schon mal vorspazieren können. Ist ja ein bisschen langsamer als der Rest. Zumindest, wenn sie auf den Mounds unterwegs sind. Auch noch leicht misplaced hier gerade mit dem flammenden Atem. Kommt wieder der Root. Aragi jetzt nur noch 15 Sekunden. Ja, jetzt muss er doch langsam zurückspülen. Ich glaube, einen Flamedraft setzt er doch. Genau, da ist er. Damit fallen jetzt hier die letzten Mauern. Und sie sind eigentlich super in einer super Position, um beim nächsten Mal wirklich hart durchzupushen und eben auch einen Keep zu kriegen. Aber vorerst die Falle. Die Falle wird gesetzt. Ne, Tassadar, der geht auch zurück. Blau kommt rein, sieht, dass sie hier das Siegecamp holen wollen. Aber das ist ein bisschen zu risky. Sie haben zwar Level 20, aber Fnatic auch fast. Oh, da kommt der Root. Samony geht direkt in den Avatar. Shinobu in einer sehr, sehr guten Position. Aber jetzt ist er doch hier ganz schön weggedrückt. Uh, apropos wegdrücken. Da kommt das Thundering mit rein. Siegecamp wurde gerade gebrivet. Also sehr gut gemacht. Können sich das Siegecamp gleichzeitig noch holen. Und damit jetzt hier auf das Keep gehen. War doch ein bisschen schneller als erwartet. Samony ist hier allerdings auch fast schon aus seiner Avatar-Form raus. Also ich glaube nicht, dass sie hier wirklich viel pushen werden. Auf anderer Seite bei Fnatic nur das Thundering genutzt. Und da unten, ja. Die Bruiser, die neutralen Bruiser holen sie sich. Ich mag das, dass Bakery hier ein bisschen auf der linken Seite bleibt. Einfach scoutet, wann der Rest des Teams kommt. Weil dann müssen sie eventuell die Bruiser noch abbrechen. Sieht so aus, als wenn es diesmal aber klappt. Haben es vom Timing gerade her noch hingekriegt. Und da kommt der Turnaround. Oh, schön getrennt hier das komplette Team. Threads kriegt auch direkt einen Stun ab. Ein paar Stürme kommen da auch noch mit rein. Aber mit dem Bruiser müssen sie natürlich kämpfen. Oh, schöne Aktion hier von Brightwing mit Mammoth. Brightwing drückt das komplette Team von SK zurück. Unten Napalm Strike versucht die Bruiser auszulöschen. Aber es reicht nicht ganz. Level 21 ist jetzt hier schon eine Sichtweite für SK. Damit haben sie wieder einen leichten Vorteil. Sameni springt da mit rein. Gibt da was ausgerichtet? Nein, nochmal ein Thundering gesetzt. Das hilft wirklich immens. Unten der Reign of Vengeance. Aber ihnen fehlt das Focus Fire. SK wirklich mit brachial schlechten Focus Fire momentan. Aber trotz allem, sie drücken halt hart zurück. Big Red Button auf Castle. Dann muss der Final Kill kommen. Ja, da ist er. Sameni haut da nochmal rein. Mit seinem Hammer. Und jetzt mit einem Support weniger. Haben sie doch eine gute Chance auf das Keep zu gehen. Aber Sameni, oh gut, der ist schon extrem niedrig. Genauso busy. Super rude gesetzt. Sameni kann nochmal davon springen. Und Lau mit dem Shane Lightning. Oh, Sameni, du musst echt aufpassen. Du bist extrem niedrig dran. So, jetzt sind wieder die beiden Schreine verfügbar. Ich denke mal, Sameni holt sich vielleicht den Top-Schrein. Aber er muss halt, wie gesagt, echt aufpassen. Er braucht unbedingt einen Heal. Er braucht unbedingt einen Heal. Ganz nach oben geht's da für ihn. Mal wieder einen Blick hier in die Talente werfen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Auf Seiten von Fnatic wurde Critterize gewählt. Dann natürlich Windfury Build auf Thrall. Red Rating Range. Oh, interessant. Okay. Okay. Also ein bisschen größere Range auf dem Siege Tank. Haben vielleicht gemerkt, okay, so richtig kamen sie da nicht ran. Und Stoneskin, Imposing Presence, dann auf Uther. Und damit zweimal Bolt of the Storm. Nur einmal auf Seiten von SK und Storm Shield. Und ansonsten natürlich die Verbesserung der anderen Heroics. So, Top-Schrein jetzt in Kontrolle wieder für SK Gaming. Also Fnatic weiß, irgendwie so richtig können sie da nichts gegen ausrichten. Haben sich stattdessen die Bruiser geholt. Aber das ist nicht wirklich die Antwort momentan. Bruiser holt man sich lieber, wenn man selber den Dragon Knight Harters, die halt noch in einer anderen Lane ein bisschen Schaden machen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wurde sich jetzt hier die Rest von der Mitte? Oder wollen sie einfach unten durchpushen? Ich denke mal unten. Das Keep hat ja schon ein bisschen Schaden genommen. Und Gates sind weg. Tower haben ein bisschen Schaden genommen. Es ist auf jeden Fall die bessere Wahl hier. Können sie sich vielleicht ihren Erfahrungspunkte-Fortschritt noch weiter ausbauen? Den Wolf nicht so richtig top gesetzt. Jetzt kommt Fratz rausgekickt. Das muss jetzt eigentlich der Move sein, für SK da rauf zu gehen. Napalm Strike macht hier gut zu auf der Seite. Aber, ja, das Keep wird auf jeden Fall fallen. Ein Flame Breath noch rein und dann war's das. Ja, da fällt's. Aragi zieht sich schon sofort zurück. Sie wollen vielleicht ein bisschen das Feld ein bisschen verdunnisieren. Fnatic ein bisschen länger ziehen. Und natürlich hier oben auch noch irgendwie das Tor zerstören. Ja. Tor und Türme fallen. Und das war's dann vielleicht auch schon fast. Nochmal eine Rotation. Mal gucken. Reicht, glaube ich, nicht ganz. Ne, sie gehen einfach zurück. Und hier die Bruiser in der Toplane stoppen. Ja, gut. Kann man machen. Sie spielen's auf jeden Fall sehr sicher runter. Ist, denke ich, schon die bessere Wahl. Aragi hätte jetzt die Option, einfach mal rauszuschlüpfen aus seinem Drachenkostüm. Aber noch hat er ja ein paar Sekunden. Also, warum nicht auch noch einsetzen? Ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Aber dadurch, dass hier die Bruiser jetzt eh gekehrt wurden, ja, ich meine, vielleicht kann er noch mal Freds aus dem Kampf kicken. Aber ich glaube, den hat er gerade nicht gesehen. Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Aber sie kommen jetzt rein. Aragi ist hier versucht, versucht hier den Bait rauszuziehen. Aber ich glaube, das ahnt Fenelik schon. Solche Fehler machen sie eigentlich nicht. Sowas kann ihnen nicht passieren. Ja, Freds wartet jetzt hier auch im Busch. Muradin hat ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ah, jetzt. Da kommt, da kommt das Invision. Das hilft natürlich jetzt ganz immens. Jetzt können sie von der Unterseite rankommen. Oh ja, Samuni springt direkt rein. Shinobu kriegt ein paar Schläge ab. Aber Freds auch. Beesie kommt noch mit reingesprungen. Oh, Ace of Spades muss aufpassen. Aber ein schönes Thunderring hat hier nochmal die Hälfte des Teams zurückgehalten. Tesla wurde direkt rausgenommen. Und Fnatic pusht hier gut, gut voran. Samuni hält sich aber sehr, sehr wacker. Immer wieder gute Heels hier von Link. Halten ihn da ordentlich am Leben. Oh, laul, du musst draufgehen. Ja, da ist er. Rain of Vengeance hat ihn hier ordentlich zugesetzt. Shinobu da unten muss echt auch aufpassen. Aber Link kann ihn nicht weiter verfolgen. Samuni geht jetzt nochmal rauf. Und Aroragi könnte hier wirklich den letzten Kill kriegen damit. Die sind alle in einer Linie. Da ist der Big Red Button. Samuni versucht hier nochmal die Verfolgung aufzunehmen. Aber noch schafft es Shinobu. Freds ist jetzt eher derjenige. Und Ace of Spades. Oh ja, oh ja. Also wir wollen Freds haben. Ace of Spades wird, glaube ich, auch einfach nebenbei draufgehen. Ja, genau da ist es. Bakery jetzt nochmal an der Verfolgung von Freds. Und den kriegen sie auch. Der dreht sich um, versucht für sein Team noch ein bisschen Zeit zu kaufen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Comeback hier in dem Kampf für SK Gaming. Und damit fährt jetzt noch der letzte Türm. Drei Helden sind schon draufgegangen. Das heißt, sie können auf die Mitte rotieren. Können da auch noch das Keep rausnehmen. Und das muss es doch noch schon fast gewesen sein. 20 Sekunden auf Thrall. Ah, vielleicht schafft es hier Fnatic nochmal zurückzukommen. Sie haben Kessel noch am Leben. Der kann nochmal ein paar Stanz raussetzen. Aber das Keep, das schmilzt halt einfach nur dahin. Gegen vier Helden und bald fünf. Tessa, der macht sich nämlich gerade schon wieder auf den Weg. Aber sieht so aus, als wenn SK es nicht wirklich drücken will. Ja, ich glaube, sie wollen es doch nicht versuchen. Spielen es wieder sehr, sehr sicher runter. Ein Keep haben sie ja noch, was sie noch sicher nehmen können. Nächster Dragonschrein sollte eigentlich auch ihrer sein. Ja, alle schon in Position. Linkt ist unten. Oben ist Beasy. Und da wird auch sofort gecheckt. Oh nein, leicht verzögert. Könnte vielleicht sogar reichen. Könnte vielleicht reichen. Nee, reicht nicht. Tessa da, vielleicht schafft er es noch weg. Nee, schafft er nicht. Aber es sind wieder vier Helden plus Dragon Knight. Und der Dragon Knight macht halt einfach immens viel Schaden auf dem Korps mit dem Flamewrap. Kann auch immer wieder dann Threads raushauen. Sofort wird die Odin vorm gesetzt. Und Threads rausgekickt. Sehr, sehr gut. Super Thundering allerdings von Laul. Und da kommt der CC Bakeryfeld. Und mal gucken, ob es der Dragon Knight und der Odin alleine schaffen. Ich glaube es ja fast nicht. Aber die Schilde sind schon unten. Linkt kommt nochmal mit rein. Arragan nimmt ja einiges an Schaden mit. Aber sie fokussieren momentan Samini. Ich glaube trotz allem, dass es reichen wird. Die Odin-Form immer noch nicht gepoppt. Und Linkt haut auch noch nebenbei mit drauf. Ja, das reicht. SK Gaming holt sich hier den Sieg. Schön gespielt. Wirklich im restlichen Teil des Spiels. Also in der ersten Hälfte sah es ja nicht ganz so toll aus. Aber später haben sie dann doch sehr, sehr gut brilliert. Haben sich nichts gegeben. Gegen Fanatic und so einen sehr ordentlichen Sieg abgeholt. So.